Hallo und herzlich willkommen ihr Modern Consumer da draußen. Ich bin's Basti und ich heiße euch herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Gewinnspiel bei mir im Kanal. Warum mache ich Gewinnspiele? Weil ich YouTube Partner bin und Geld damit verdiene, dass ihr meine Videos anklickt und ich euch das ja irgendwie zurückzahlen will, indem ich mal ab und an ein Gewinnspiel mache. Und heute ist es mal wieder soweit. Ja, da stellt sich jetzt also die Frage, was gibt es zu gewinnen? Ganz einfach. Preis Nummer 1 habe ich letzte Woche im Announcement schon in die Kamera gehalten. In dieser Schachtel hier. Und böse Zungen haben behauptet, ey Basti, da ist ja gar nichts drin. Ja, da ist was drin. Auch wenn es sehr leicht ist, da ist was drin. Was schön ist. Ist natürlich immer schwer, den Geschmack der Leute zu finden und so weiter und so fort. Aber ich muss mich mal zu einer Sache entscheiden, um die dann auch in die Kamera halten zu können, dass ihr seht, hey, das gibt es wirklich zu gewinnen. Das ist keine Verarsche. Und ja, also es gibt einen Preis. Einmal der Preis für Nummer 1 ist hier drin. Und dann gibt es noch einen anderen Preis. Und das werde ich dann gleich nochmal sagen. Jetzt kommen wir erstmal dazu. Was ist hier drin? Kann man schon sehen? Es ist Stoff. Und es ist ein Trikot. Ich lasse jetzt fallen und halte fest. Mal gucken, ob das passt. Yeah! Es ist ein Real Madrid Trikot. In Größe M. Mit der B-Win-Werbung. Die ist nicht rausgekürzt wie bei FIFA. Also ein originales Adidas Real Madrid Trikot. Beste Qualität, beste Ware. Jetzt werden viele sagen, Scheiß Real Madrid. Ja, wie soll man jeden seinen Geschmack treffen? Das geht einfach nicht. Und von daher habe ich mich einfach dafür entschieden, Real Madrid mögen sehr viele. Wenn ich jetzt eine deutsche Mannschaft genommen hätte, dann wäre es schwieriger geworden, glaube ich. Deswegen habe ich mich für den Halbfinal-Gegner von Bayern München für die Champions League entschieden. Höchstwahrscheinlich. Ja, das ist Preis Nummer 1. Und was sind die anderen Preise? Ja, es gibt noch mehr. Also, das Trikot hier ist Platz Nummer 1. Das kriegt der Gesamtgewinner der ganzen Aktion. Und Platz 2, 3 und 4, habe ich mir überlegt, ist etwas, was nicht materiellen Wert hat, sondern Zeit wert. Zeit ist mir sehr kostbar. Und ich werde halt auch sehr oft gefragt, Basti, spielst du mal mit mir FIFA? Und ja, ich spiele FIFA am PC. Viele von euch auch. Und deswegen habe ich mir überlegt, leider kann ich jetzt nicht die Xbox und Playstation 3 Spieler jetzt auch noch damit ansprechen. Die würden dann um das Trikot quasi spielen. Ja, also würde ich dann die anderen Plätze damit belohnen, dass ich gegen die FIFA spiele. Also haben auch andere Leute, die vielleicht kein Real Madrid mit Trikot wollen, einen Grund mitzumachen. So, jetzt fragt sich, wie nimmt man bei dem Gewinnspiel teil? Also, um bei der ganzen Sache teilnehmen zu können und das Trikot oder so ein FIFA-Match gegen mich zu gewinnen, müsst ihr eine Videoantwort für dieses Video hier machen, in dieses Video machen. Was für eine Videoantwort? Ich will euren Jubelschrei hören. So ein Jubelschrei, wie ich jetzt im DFB-Pokalfinale oder in meinem letzten Match vom Karrieremodus hatte. Ihr könnt das jetzt mal hier als Beispiel sehen. Gleich weiterspielen, Basti! SOSIA! Basti! FANTASTY! Sehr geil! 1 zu 0! Yeah! Yeah! Ich spring jetzt aber in irgendeine Ecke, oder? Ich bleibe in der Mitte, ich bleibe in der Mitte, ich bleibe in der Mitte! Ja! Ja! Achso, es hat so gereicht! Ja! Ich habe alles gewonnen! Alles gewonnen, was zu gewinnen ist! Der Titel ist das Wichtige! Ja! Sowas möchte ich von euch als Videoantwort haben. Ihr müsst euch nicht filmen dabei, wenn ihr nicht gesehen werden wollt. Ihr könnt auch einfach irgendwas filmen und einfach so schreien, wie ihr wollt. Hauptsache, ich höre euren Jubelschrei. Und ihr macht das als Videoantwort dahin. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Videoantwort in das Video. Keine persönliche Nachricht, keine E-Mail oder sowas. Nur als Videoantwort in das Video hier rein. Ja! Und dann darf jeder einmal teilnehmen quasi. Ein Video darf er da rein machen. Und dann suche ich mir den aus, der mir am besten gefallen hat. Und die anderen, die mir am zweit, dritt und viertbesten gefallen haben. Und ich schreibe die dann an, ob die FIFA für den PC haben und dann mitmachen wollen oder nicht. Wenn nicht, suche ich mir jemanden anders aus, der das dann machen kann. Also der mit mir FIFA spielen kann. Also einfach ein Video machen mit Yeah! Oder sowas. Keine Ahnung. Lasst eure Kreativität da freien Lauf oder zeigt einfach, wie ihr so abgeht. Und ich bin da echt gespannt. Und wenn ihr die Videoantworten macht, dann seid ihr damit automatisch einverstanden, dass ich das dann auch zeige, das Video, in meinem Gewinnerauflösungsvideo. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Also Videoantworten hier rein mit Jubelschrei. Und der Erste gewinnt das Trikot. Und die anderen werde ich anschreiben, ob die mit mir FIFA spielen wollen, ob die gerne wollen, ob die FIFA PC haben oder was weiß ich. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Falls nicht, ich schreibe nochmal in die Videobeschreibung genaueres rein. Teilnehmen kann jeder. Wie gesagt, eine Videoantwort darf jeder reinmachen. Mehr bitte nicht, sonst wird das wahrscheinlich viel zu viel. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auf eure Videoantworten und auf eure Jubel. Es wird bestimmt richtig lustig. In dem Sinne, macht's gut. Und dann viel Erfolg und viel Glück allen, die teilnehmen. Macht's gut, euer Obasti.